... 146, also vor fast 900 Jahren, wo ein Bayerischer Herzog, den Bischof und den reichen Bürger der Bautour entteilt bereits damals als ein Aufwunder. Mit über 330 Meter Länge überspannt sie auf 15 Höhen die gesamte Donau. Dieses Preis der klamouranischen Autos ist unter anderem alles vorgelegt, die Haltverkehr in den Baden sind. Oh, der ist jetzt genau auf dem Weg.